Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Zagboy, wo ich nie wieder glücklich aussehen werde, weil dieser blöde Mistkerl hier neben mir mich ständig am Schlagen ist. Du stehst da drauf, guck dir an da so. Ich werde dir mein Schwert von hinten reinrammen. Ich trinke jetzt Tee. Auf die Plätze! Drei, zwei, ein, in den Halb, eins, los! Wollt ihr mich verarschen? Hä? Wie geht das? Dem kann man noch Steuern bestimmen, hm? Nein! Damit nicht. Ich hab's keine Ahnung. Hallo. Doch, mit den... Hä? Auch nicht mit den... Also nicht mit den Pfeiltasten? Ich kann das gar nicht tun. Hallo. Und da ist die Zeit abgelaufen. Ach, das bin ich scheiße. Hä? Ich hab noch zwei erwischt beim Sterben. Ich bin gut. Wir waren so doof. Nein, nur du. Ich hab immerhin zwei bekommen. Du warst genau so doof. Bist du nicht doof. Können wir da noch... Nein, da können wir noch nicht mal zwei reingehen. Nee, echt? Das ist doch Geschiss. Was schlägst du mich denn jetzt, wenn die das so scheiße machen? Du bist schuld. Geh jetzt nach rein. Ha! So. Song, Song. Es ist mir eine Ehre, dich wieder bei Sum Sum zu begrüßen. Von mir aus auch Sum Sum. Ich kann eh nichts kaufen. Nee, ich auch nicht. Ich hab nur 200. Ja, du hast gesagt, du willst shoppen gehen. Oh! Der Epi wieder Totalausfall heute. Ich geh wieder da raus. Das sind wir ja von ihm gewohnt, ne? Ja, ja. Ich bin Prinzessin Lalilu. Halt. Ich kann nicht. Wui! Achso, wir hätten die Schrauben unternehmen können. Fällt mir gerade auf. In der Mitte von den Dingern. Die hast du eben auch nie genommen, glaube ich. Jetzt kommt wieder mein Psychofrosch. Oh, den hab ich extra in der letzten Folge nicht genommen. Ich hab gesagt, weil wir den ja sowieso schon mal hatten. Das ist mir egal. Oh. Hast du es da oben zum Ziehen und... Ja, Hauptsache es ist nicht schwer. Oh, da sind wir die Flieger. Ich will der Flieger. Nee, wie fühlst du dieses Lied? Ich bin ein Flieger. Ich fühle mich ein Flieger. Keine Ahnung, wie das ist. Mehr, mehr. Wie kommen wir hierzu? Was war das denn? Ach, warte mal. Ah, wir sind so doof. Ja, genau. Mach die mal kaputt. Mach hier. Oh, stimmt. Man kann ja auch damit schießen. Ja, wir sind wirklich groß. Okay. Ja, aber warte mal. Die sind alle... Oh, oh, oh. Oh, warte mal. Hallo, lass mich doch mal... Oh man. Geh nochmal zurück. Da sind doch noch ganz viele Sachen noch. Deswegen kann ich den noch nicht schießen. Du kannst den eh nicht erschießen, so. Natürlich kann ich den... Äh, was ist denn jetzt? Warte doch mal. Hier kommt mehr. Hast du jetzt alles? Ja. Das hat aber auch gedauert hier. Boah, jetzt kommt der wieder nicht. Komm runter, du Frechdachs. Aua, der hat mir den Popo geschossen. Man muss auch fliegen und schießen. Du kannst das halt nicht. Links müssen wir aber noch hin, ne? Oh, okay. Warte mal, irgendwie kommt ich da nicht dran. Ach so, da. Ja. Moment. Hä, wieso schießt die da nicht mehr? Jetzt. So, warte mal. Was musst du denn überhaupt machen hier? Ach, ähm. Ich wäre jetzt erstmal oben drauf gegangen. Ich hätte das dann danach gemacht, aber okay. Ja, jetzt können wir oben hingehen, aber das wird schwierig. Ja, eigentlich so wie du gerade schon gemacht hast. Und dann, was einsammeln. Ja. Was ist denn das hier noch? Kann man da auch noch was gespuppen haben? Nee, der trinkt sich nur einen Kaffee. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, drüber. Warte mal, hatten wir hier rechts noch was? Nee, ne? Oh, schnell! Aua, ich komme nicht raus! Warte mal, schießen! Nein! Warte nach links! Hier, nach links. Ja, stimmt. Hast du ausnahmsweise mal richtig gesagt. Warum schreibt er bei mir jetzt immer reinschießen? Ich glaube jetzt weiß ich das. Jemand hat meine Subprotein mit einem Virus effizient. Ich muss also nur die erste Werbung meines Virenscanners herunterladen. Und ich bin so gut wie neu. Muss ich dich nochmal da hochschießen? Warte mal, warum ist das? Nee, wieso ist doch alles leer jetzt? Waren da nur die Kugeln? Der, da oben ist noch was, oder? Ach, da! Nein, da. Warte mal, ich schieße dich mal. Lass mich mal, warte mal. Ja, so. Ja, 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 ja. Nein, nein! Und eine hat sie vernichtet. Wollte ich leider auch nicht mehr retten. Was ist denn das hier noch? Nee, ist nichts. Das ist, wenn wir sterben. Nein, falsche... Oh. Du schaffst es wieder nicht alleine. Ich mach den kaputt und du kriegst das, oder was? Willst du mich hier vergagteiern? Ich stehe hier auch noch das Ziel. Nein! Ach toll, ey. Du hast mich behindert. Ich muss jetzt alleine gegen den kämpfen. Das ist ein Lecker. Ich bin mit dir. Sag das doch. Nein, du springt die nicht. Wirst du mal die Ränder kaputt machen? Nee, kann man nicht kaputt machen. Aua. Hallo. Oh. Ich bin leider im Himmel. Du musst da rausgehen. Wieso kann ich das nicht? Sie fliegt doch nicht. Sobald ich springe und dann das Fliegen drücke, springt die und kackt ab. Wie kann der mich von der unten erwischen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, und dann hüpfst du hoch und müsstest ja eigentlich kilometerweit über den Dingern drüber sein und wirst trotzdem gebrüllt. Das ist irgendwie seltsam. Hast du gesehen, wie ich den erledigt habe am Ende? Du vor allen Dingen. Ja, mitten in die Augen. Mitten in die Augen. Ich bin dort gestorben. Und jetzt hat sie mir meine ganzen Kugel weggeklaut. Diese Dreckskugel. Das ist in Leer. Ja, ich habe aber den Kugel. Den behalte ich jetzt. Und schiss, ich bin weg. Oh, die 9000. Was sind die 9000 überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mein Geheimnis verraten? Ich kenne jemanden, der ist gerade aktuell in Verteidigung gegen die dunklen Künste am Üben. Hallo, Fabian! Bei mir natürlich auch. Einmal täglich, ne? Links oder rechts? Womit fangen wir an? Ich fange immer mit links eigentlich an, aber mir ist das egal. Oder sind... Warte mal, oder sollen wir den hier als erstes... Ne, das sind die Strickritterbrückungen. Sollen wir links oder rechts fangen? Nach dir. Hat ja so ein bisschen was aus Valhalla, das, was ich anhabe. Aber nur die Haare, die passen jetzt so gar nicht zu... Ach, wie heißt sie nochmal? Nicht Cassandra, das war der andere Teil. Ja. Du spielst es doch aktuell noch. Ich meine, ich auch, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Valhalla. Ja, Valhalla habe ich ja gesagt, aber wie heißt sie? Ich bin das mit E. Eva. Eva, genau. Ich habe die ganze Zeit Eloi oder sowas im Kopf. Genauso verwirrt wie dieses Symbol. Hast du dir eigentlich schon meine neuen Emotions angeguckt? Nur überflogen. Du bist süß. Ja, sind ja erstmal nur Skitzen, aber... Uh, bin ich jetzt... Hä? Hä? Wieso kriege ich das nicht? Hallo? Ah, du musst links rein, damit du rechts... Ach so. Warte mal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Warum kannst du das ohne machen? Weil ich gut bin. Du dummer. Komm jetzt. Ach, das sind Schrauben. Ich will die ganze Zeit versuchen, die Dinge einzusammeln. Nein. Es kommt, die Rüste. Kleine Gemsherrin guckt wieder nicht richtig. Uh, uh, uh. Oh, ich bin tot. Aber es ist schon ganz cool gemacht, so als Flipper. Oh, uh, uh. Nein, nein. Oh my God. Ich hab's, ich hab's. Guck mal, da kommen noch die anderen Kugeln runter. Jetzt dräng mich hier nicht weg in meinen Kugeln. Du hast mich sterben lassen. Geh weg. Ach so. Sag doch, dass du es gar nicht... Och, komm. Ja, genau. Ich rolle und trotzdem erwischen die mich da voll. Willst du mich hier? Einmal... Nein, ich bin wegen dir da reingefallen. Ein Bonus-Ding. Bonus-Level. Ja. Geh weg. Nein. Ach, den muss ich wegjagen. Den muss ich gar nicht. Warte, ich komm, ich komm. Du musst, du musst ja reinspringen, damit ich da hochkomme. Na, na, äh? Komm doch weg hier. Was machst du da? Ja, ich wollte den zu dir. Ach so, nee, den muss man wahrscheinlich hier hinbringen, ne? Ach so, ich kann laufen. Also muss nicht springen. Aber er ist, ist dann aber blockiert. Verstehe. Er ist aber ein bisschen komisch gemacht. Nein, nein. Ich bleib hier extra stehen, damit wir zwei Blockaden hier haben. Jetzt musst du von oben. Ja, da. So. Kommst du da so hin? Ja. Ja. Und wie holen wir den Kleinen jetzt wieder da raus? Der muss leider hier bleiben. Okay. Der war böse. Ah, dann musst du auch hier bleiben. Ich bin das böse. Das ist eine Unterschiede. Nee, wir müssen... Ja, aber das Böse aus meiner Geschichte ist viel böser. Wie böser als du? Ach nee, von links sind wir gekommen. Nein, du blockierst mich. Nein! Huh! Ach so, sagst du, dass das losgeht? Oh. Nee, wir sind schon lange dran. Pass auf, in der Mitte bleiben. In der Mitte bleiben. Außen? Ach, du kannst auch da drüber springen. So kriegst du dann die Mitte. Verstehe. Huh! Warum bist du jetzt bei mir? Oh, in der Mitte war das Ding. Nein! Nein, ich komme da nicht dran wegen dir. Oh Mann! Ja, du bist da draufgegangen. Du bist so doof. Ein Roboter macht das immer perfekt, aber du warst dabei. Deshalb ging das nicht. Wenn du dir noch mal weiter spielst, dann bist du zu doof für dieses Spiel. Sag, guck dir an, wie wenig Punkte du hast. Weil ich war ja perfekt. Weil ich alles eingesammelt habe im Gegensatz zu dir. Ja! Ey, Leute, ich wollte euch meine Antenne zeigen. Ja. Ja. Am Ende hat der Epi mich gehauen. Habt ihr das alle gesehen? Der hat mich gehauen. Nein. Das konnte man ganz deutlich sehen. Das war der Roboter. Das war nicht ich. Das war der Roboter-Epi. Der A-A-Punkt. Achso, ich muss drücken. Ich vergesse jedes Mal, dass ich drücken muss. Das ist doch doof. Jetzt drück doch mal. Mann. Wir müssen noch das eine Level machen. Aber nicht da. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Das ist so hetzend. Geh weg. Endlich. Oh nein, das sind mal mehr. Nein, da vorne waren noch welche. Geh nochmal zurück. Ich kann ja gar nicht rutschen. Ja. Was war das jetzt für ein Thema? Ich muss mein Thema wieder auswählen. Das weiß ich doch nicht. Nimm einfach irgendeine Person. Albert Einstein oder so. Nein. 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 Obwohl ich weiß nicht, war es so zufällig auch schlecht in Mathe? Ja. Ganz schlecht gut. Ganz schlecht gut? Und gut in Physik war ich. Also vier. Aber nee, in Mathe war ich zwei eigentlich. Aber und Physik auch, glaube ich. Ja, das sind so die Jungs-Fächer irgendwie. Wobei ich Mathe auch immer irgendwo zwei bis drei gelegen habe. Also am Ende, ne? Anfangs natürlich immer eins. Ach du Scheiße. Die ändern die Richtung auch noch. Geh weg. Äh, hallo? Ich bleib da dran hängen. Sag das doch! Du musst da durch. Da, warte mal. Da ist ein Loch. Oh, wieso kann ich da nicht... Wieso kann ich da nicht... Mann, kannst du mal da weggehen? Geh mal. Man muss das von weiter weg machen, wahrscheinlich. Oh, fast, ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Aber wenn du nicht gewesen wärst, wär ich jetzt da dran gewesen. Ich bleib jetzt einfach hier stehen, da werd ich geschubbelt. Von dem Fließband, meine Füße werden gekitzelt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich was bringt, da, ne? Weil dahinter... Ja, aber es geht ja... Oh, 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 oh. Au! Warte mal, rechts war noch was. Ja! Ich komme! Nicht so schnell! Ich warte hier, aber ich muss die Dinger nehmen. Oh, wie bist du jetzt da hoch? Festhalten, oder? Ja, mit der... Wie du die Sachen nimmst. Wie du die nimmst, die Nehmtaste. Ja. Vorne, die... Ja, du musst doch da an das Ding gehen. An den Schwamm. Ach so, sag das doch. Boah. Du bist so... Warte, 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 hier ist der Loch. Das war dafür, dass du mir das nicht gesagt hast? Moment, Moment. Äh, okay, das war jetzt auch nicht so... Das hätte ich auch anders machen können. Ja, aber wozu war jetzt dieses Loch? Das habe ich nicht verstanden. Selbst das habe ich auch nicht verstanden. Oh, oh. Oh, oh. Lass mal. Oh, oh. Lass mal kaputt. Da vorne sind noch Laser. Oh nein, ich komme nicht jetzt. Ja, aber du sollst ja nicht in den Laser rein. Hier, 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 hier. Ach nee, nee. Das habe ich kaputt gemacht, ja. Aber das hat doch hier eine Gewandnis, oder? Nö. Sicher? Bis jetzt zumindest nicht. Ähm. Du willst erst oben das machen, oder? Ach nee. Ja, doch, das war richtig. Und da musst du warten, musst du hochgehen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, ich war richtig. Du sagst nicht, warte. Ey, du sollst warten und nicht weitergehen. Darum geht es ja. Hallo, ich bin immer oben. Also, das ist auch, aber... Nein, du bist nicht oben. Jetzt habe ich die Hälfte nicht mitgenommen, Winky. Nein, ich bin hier gerade... No, komm. Spring da hoch, spring da hoch. Nein, da ist unten. Geh runter, 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 runter. Da unten ist doch noch was. Ah, was willst du denn? Pass auf, dass du nicht kaputt gehst. Ja, ich muss dich ja anschreien, sonst hörst du ja nicht auf mich. Oh. Also, ich meine, auch wenn ich ihn anschreie, hört er nur selten auf mich, ne? Aber... Check, da. Oh, das war scheiße. Oh. Nein. Runter, runter, runter. und dann steuere ich immer irgendwo gegen die wand ich denke das ist absicht ganz ähnlich nein geht es da oben noch hoch warte mal bevor du da weiter gehst ja da gibt es noch hier da willst du jetzt sterben das glaube ich auch ich will zurück ich will zurück ich gehe auch daher das ist mir sicherer und spring auf dich wolltest du das eine noch holen oder ein bisschen eines ja da war so ein einzelnes noch oben du böses stück nein ich spring nicht weiter nein ich bin oben ja weil du mich dahin geworfen hast du schlau berger ich wollte aber unten die sachen einsammeln nein doch wollte ich runter wir müssen aber wieso kommen jetzt noch hier sie das war mit hier könnte ich doch mal kannst du nicht alleine jetzt nimmt er extra die ganzen punkte damit er dann nachher so tun kann ja ich hab ja viel mehr punkte geholt als ich war ja was du auch immer verarscht habe das macht aber man du hast mich da rein das war jetzt nicht so gut doch das war so geplant böse ja ich krieg das nicht so ich kann das nicht wegnehmen so kann ich das nicht nach außen nach außen das ist auch noch meine rollen geklaut ich habe auch noch mit dir gespielt wieder ich habe dich gar nicht weg geschleudert wo bist du hast mich weggeschleudert bist du tot bist gleich tot hallo da oben ran ja ja es doppelte deswegen gehe ich jetzt noch mal im schnellen rüber aber hier unten sind auch kisten bei jedem zweiten mal springt er ganz hoch ne springt jedes mal ganz hoch ja ja nein was denn jetzt ja oder nein besser nehmen die ein dinger noch mit das bewegt sich ja ich fühle ich bin hier warte mal hier vorne muss noch was sein oder darunter nicht da unten ist nur noch wir verpassen immer noch viel weil du so schnell dadurch geht nein hätten dass der epi das jetzt wieder versaut hat habe ich gar nicht dass das wieder versaut ich sehe es doch hast du irgendwelche störungen warum hüpfst du so viel damit du mich nicht schlagen kannst nein 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 siehst du ich habe es gewusst weißt du er holt dich immer die Sachen sobald ich tot bin ja eben sobald ich tot bin holst du dir immer irgendwelche Sachen das machen habe ich gar nicht oh du Arsch du hast mich geschlagen guck mal das habe ich gesehen hast du das geilste Bild überhaupt das habe ich gesehen dass du mich geschlagen hast niemals ich bin einfach so von selber weg geflogen rückwärts aus dem Bereich raus wir waren so schlecht hey das ist echt nicht mal mit diesem Kerl zu spielen man braucht keine Feinde mehr ehrlich keine Feinde ja soll ich dir mal was sagen ach ich kann mich wieder nicht bewegen das ist so ätzend soll ich dir mal was sagen Schatzi nee das war es für heute wir gehen da nicht hin den Tracklauf den sparen wir unten den Tracklauf und den Rest da oben den sparen wir uns auch fürs nächste Mal auch mal wenn wir den Tracklauf noch machen würden ne der schlägt mich immer wenn wir den Tracklauf noch machen würden du kannst da unten rüber warte mal nein kann man nicht guck mal da ist auch ein Bonus Level hier geht da nicht hin aber Bonus Level ist das nicht schnell eigentlich ja lass uns mal gucken wo wir da aber dann will ich dieses Trackding auch machen oh ne das ist nicht schnell ähhhh ich bin mir nicht so sicher ne aber wir haben doch nur noch 5 Minuten und jetzt hallo dann komm ich ja nicht rein jetzt muss ich mit Y die ganze Zeit muss ich mit A rein springen und jetzt mit Y hm ach ne das ist ne Dings gewesen wo man reporten kann wir sind jetzt dann oder support äh Teil die wuchtigen Wipfel war doch der erste Level ja ja aber das war nicht der erste Level hier oder was ist denn das Ärgernfluss nein das ist trocken wir sind hier auf dem Level wir sind doch gar nicht irgendwo drin ja dann würde ich tatsächlich sagen dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir hier dann in der nächsten Folge weiter machen wenn wenn der EP mich nicht dauernd mehr schlägt ok jetzt bin ich wieder fröhlich ja ich knüpple dich auch aber nicht so der EP hat mich wieder geschlagen und schon wieder nein ich spring nicht in deine scheiß Blüte rein ich will mich rächen ich will mich rächen ich will mich rächen beim Eben du griffst mich nicht du griffst mich nicht ich bin zu schnell du griffst mich nicht du bist fast wie bei dbd du täuscht an und dann bist du ganz schnell weg du kleiner loser ein kleiner loser ein kleiner loser ich spring jetzt mal ins Wasser auf bevor es dir noch mehr Ärger gibt müssen wir uns leider verabschieden weil der EP so doof ist und wie ein Fünfjähriger hier rumläuft ja genau guck mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal du musst an deiner scheiß Frisur liegen ich hau dich gleich mit meinem Schäufelchen aber jetzt wirklich bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich auch gerne abonnieren